Jao, willkommen zurück zu Sleeping Dogs. Schön, dass du am Start bist. Wir machen auch direkt weiter. Wir müssen nämlich die Jade-Statue zurückbringen. Wir lassen einen Suf bei Winston ab. Ab geht's, auf geht's, ins Golden Koi. Das ist ein Segel, ohne Schuh. You know what happens to Rat's Sway? Ja, I heard. Conroy gave me all the details when he was helping me out on that Mino. So, Sarah! Who the fuck do you think you are, huh? You come in out of nowhere and suddenly our guys start to get arrested? He ratted out Popstar, Winston. I know he did. All you gonna do to me, this motherfucker right here is a snitch. Is that right, Ming? You fucking rat. I sent you to Popstar, and now he's in jail. Yeah? And who stands to gain the most from that? You're gonna take me to Popstar's whole ketamine racket now. No more scraps for you. You'll supply the whole city with drugs. You and all guys. Popstar's gone, and you're still dealing, aren't you? So who's supplying you? Are you guys actually listening to this asshole? He's a rat. He's a fucking rat. You're still working for that bastard, aren't you, I mean? Yeah? Wait, listen, I swear. You're always a dirty fucker, Ming. I'm sorry, Ming-o. Ming-o, Ming-o, Ming-o. Come on. Fucking rat. Clean that up. Lorenti's important, Wade. Never forget that. Boah, das war echt heftig. Also jeder steckt hier irgendwie unter einer Decke. Der eine hat was mit dem anderen zu tun. Wir sind natürlich irgendwie auch undercover. Wow, okay, Albträume sind real. Wir haben doch mal Review passieren lassen. Oh mein Gott. Gut, ich glaube, das sollte einfach die Mission sein. Gehen Sie zu Pinks PC, holen Sie das Paket ab, kommen Sie dann ins Golden Koi. Jo, das machen wir auf jeden Fall. So, der Mink, der ist jetzt Geschichte. Wir sollten den ja eigentlich auch schon zur Geschichte schreiben. Aber das hat jetzt jemand anders für uns gemacht. Nämlich der Winston. Genau, der Winston war das. Also mit dem Namen muss ich mich wirklich noch vertraulich machen. So, ich raffe mal eben zur nächsten Mission und sehen uns dann. Bis gleich. So, der neue Fall ist immer noch verfügbar. Wir müssen immer noch die Jahresstatue zurückbringen. Ab geht's, auf geht's. Ich bin sicher, dass du es anhandeln kannst. Ich werde es anhandeln. Mein Name ist auf dem Paket. Du brauchst eine Hand, um den Slot-X in den Socket-Y zu bekommen. Gib mir einen Telefon. Du hast den Bokken? Was ist denn? Ja, perfekt. Die Fassen und Wanze wieder beschaffen. Ah, der orange Lotus ist also so eine Bombe wahrscheinlich. Äh, ich konnte mir nämlich dann drunter nichts vorstellen. Warum lassen denn die Leute alle ihre Taschen fallen? Ich würde meine Taschen doch mitnehmen. Da ist doch bestimmt so wichtiges Zeug drin. Handy, Portemonnaie, äh, weiß ich nicht, Schminkzeug für die Weiber. Die würde ich doch alle immer liegen lassen. Äh, nicht liegen lassen, immer mitnehmen. Leider habe ich nicht so viel Ausdauer der Way. Vielleicht muss er ja noch mal ein bisschen Sport machen hier. Ausdauersport. Ach, guck mal, den Platz, den kennen wir doch. Da habe ich sehr lange dran gebraucht an der Mission. Da könnt ihr euch gerne mal in einen der Videos reingucken. Ey, her damit. Her mit der Tasche. Her damit. Das ist meine Tasche. Ich brauche sie. Komm, gib sie her. Sehr gut. Ey. Ich brauche dort nur die Tasche. Mehr brauche ich doch nicht. Gib mir. Aha. Sehr gut. Tasche aufheben. Sehr gut. Tragetasche holen. Und Raymond anrufen. Kontakte. Raymond. Ich habe es. Unsere Anrufe informiert, dass du auf den Ruf von dem Konstruktionplatz neben der Tür. Was auch immer du machst, lass sie nicht sehen, wie du diesen Bug plantest. Kein Scheiß. Oha. Dürfen wir jetzt ein fettes, dickes Restaurant in die Luft jagen? Mit der Wanze? Da wollte ich jetzt nicht her. Ich wollte eigentlich nur ein Auto. Komm, gib mir mal dein Taxi hier. Gehen sie zu der Baustelle gegenüber dem Golden Koi. Okay. Ach, das Golden Koi soll das Restaurant wahrscheinlich sein. Ups, sorry. Das wollte ich nicht. Klettern sie auf die Konstruktion, um in das Golden Koi zu gelangen. Oh Gott. Wir dürfen jetzt safe das Golden Koi erst mal in die Luft sprengen. Da klettern sie auf die... Okay, weiter. Weiter geht's. Auf die Berüstung hier. Geile Animation. Ähm. Okay, muss mal hier weiter hoch. Ach hier. Weg jetzt weiter hoch. Höher. So, jetzt sind wir auf dem Gebäude vom Golden Koi. Finden sie einen Weg in das Restaurant. Da schauen wir mal. Ah ja, was liegt hier? Tresor öffnen. Einfach so? Kleidung gefunden. Klassischer High-Tier-Overwall. Schleichen Sie sich durch das Dachfenster in das Restaurant. Dachfenster öffnen. Und ich habe gesehen, da ist sogar noch eine Statue, die wir einsammeln müssen. Die ist nämlich sehr, sehr wichtig. Legen Sie eine Wand in der Schacht der Klimaanlage. Okay, die Klebeanlage, aber wir holen uns jetzt erstmal die Statue. Sehr gut. Statue Pick-Up gefunden. Wand platzieren. Oh, wir haben sogar einen Timer. Na gut, Schrauben sind ab. Ja, was muss ich machen? Was muss ich machen? Empfindlichkeit. Kalibrier-Empfindlichkeit. Ja. Kalibriert-Empfindlichkeit. Ach so, die Stimme müssen wir empf... Ah. Frequenz. Auch an meinem Grün-Bereich. Da haben wir ihn. Na gut. Wanze ist kalibriert. Und wieder zumachen. Das bloß keiner merkt. Knacken Sie das Schloss der Hintertür. Oh, wir haben auch noch sehr wenig Zeit. Hoffentlich reicht das hier. Schloss knacken. Oha. Wie ist das denn jetzt hier? Na gut. Ach, shit. Ja, sehr gut. Schloss hat geknackt. Auch wenn es ein bisschen schwierig war. So, Mission abgeschlossen. Kopf-Erfahrung. Stufe Nummer 2. Na, wir... Ne, Stufe 2 bleiben wir sogar. Enthaltene Belohnungen. Perfekt. Mission abgeschlossen. Nächster Fall ist für uns verfügbar. Ne, noch nicht. Wird wahrscheinlich gleich kommen. So, mal wieder ein weiterer Fall. Hier geht's Fall über Fall. Also, kein Überfall, aber Fall über Fall. Wir haben nur noch Fälle hier. Das ist doch schmackhaft. Gehen wir auf jeden Fall in der Story weiter. Das will ich natürlich. Ab geht's. Auf geht's. Der neue Auftrag ist schon... So, mal so gut wie in der Tasche senden Sie Jackie eine SMS über die Rennszene. Jackie, wen muss ich anrufen, wenn es ums Rennen geht? Gut. Scheint wohl so, als ob wir ein Rennen fahren müssen. Ace, große Nummer im Rennzirkus. Ich sag ihm, du meldest dich. Alles klar. Rufen Sie Ace an. Äh, Kontakte. Ace. Wir werden nicht verlieren. Das beschlagnahmte Auto nehmen. Okay. Das ist wahrscheinlich schon für uns vorprogrammiert, dass wir das überhaupt auch nehmen müssen. Da bleibt uns kein anderer Wagen über. Wir müssen nämlich den Wagen dann wahrscheinlich nehmen. Oh, der sieht nicht schlecht aus. Der sieht sogar richtig geil aus. Ah, ich bin schon sehr gespannt auf das Rennen. Wie ich mich machen werde. Wie der Gegner sich machen wird. Oh, da haben wir es schon. Oh, ab geht's. Weg mit euch. Ich werde euch alle so fertig machen. Ein Prozent erledigt. Oh, Sechster von Sechstas. Das sieht schon echt übel aus. Ich hoffe, wir kommen auch auf den ersten Platz. Und ich habe meine Fahrskills so ein bisschen ausgepackt. Die rammen mich nicht so hart. Auf jeden Fall schon sehr geil. Auch mit den Fanfaren hier an der Seite. Ich weiß gar nicht, wie viele Runden wir machen müssen. Wahrscheinlich eine komplette Runde. Aber sieht auf jeden Fall schon mal sehr gut aus. Oh, der erste ist schon ziemlich weit vorne. Holy moly. Den müssen wir auf jeden Fall auch noch überholen. So können wir wenigstens ein bisschen die Stadt erkunden und schon mal gucken, wo überhaupt alles steht, wo was ist. Aber wir kommen an den ersten ganz gut ran. Sehr gut. Und genau das, auf das habe ich gewartet. Aber jetzt dürfen wir das nur noch richtig gut zu Ende fahren. Keine Macken reinhauen. 55 Prozent erledigt. Ja, also wir sind jetzt gerade bei der Hälfte. Oh. Shit, shit, shit. Oh doch, wir sind gut. Wir sind gut in der Zeit. Jetzt kommen die hinter mir, weil ich so langsam bin. Ich kann auch nicht nach hinten gucken. Doch, kann ich. Okay, sind doch noch gut auf der Überholspur. Na, komm. Oh, shit, die kommen. Darf mir nichts mehr erlauben. Aber wir sind sehr gut in der Zeit. Ja, und da hinten ist, glaube ich, schon das Ziel. Wenn mich nicht alles täuscht. Easy peasy. Easy peasy. Lemon squeezy. Ja, ja, das behaupten immer alle von sich, dass er der Beste ist. Aber dann in der praktischen sieht man hinterher, er kann einfach nichts. So, voll abgeschlossene Kopperfahrung. Na, kriegen wir jetzt Stufe 3? Come on. Ah, ganz knapp Stufe 3. Okay, da fehlt uns wahrscheinlich noch ein Fall. Dann haben wir hinterher auch Kopperfahrung Stufe 3. Neue Rennen freigeschaltet. Rennen für Motorräder der Klasse B sind jetzt verfügbar. Tiffany, hey, way. Ich brauche Ihre Hilfe. Okay, sind wir doch schon auf dem Weg. Ich hoffe, das klappt noch in der Mission und in der Videozeit. Ich denke aber schon. Wir fahren einfach mal zum Fall hin und sehen dann weiter. So, dann sind wir auch schon wieder beim Badmarm Club, wo wir ja eigentlich das Restaurant, ich glaube das ist das Restaurant, Badmarm Club ist das Restaurant, wo wir das eigentlich zerstören sollen. Wo wir ja schon die Wanze platziert haben. So, in a way, the gun is yours, too. So, you'll take it, won't you? Sure, I'll take it. That's it? That's your big problem. Yes. Thank you so much, Way. I knew I was right to trust you. Don't worry, Tiffany. I'll take care of it. Thanks, Way. You're the greatest. Das kann man auch mal machen. Wir kriegen einfach so eine Pistole geschenkt. Ja, perfekt. Raymond anrufen. Dann haben wir wenigstens schon mal unsere erste Waffe. Äh, ich wollte die jetzt nicht gerne abgeben, meine Waffe. Und Raymond an der Unterhöhung im North Point treffen. Gut, da fahre ich auch mal direkt schnell wieder hin. Das ist hier eine Rumfahrerei des Grauens, aber wir kommen auf jeden Fall in der Story weiter. Aha, da haben wir ein weiteres Schloss oder ein Tresor. Aha, wir dürfen diesmal hacken. Äh, Schloss im Uhrzeigersinn drehen. Aha. Das ist schon mal... Ach so, jetzt dürfen wir noch mal eine Runde drehen hier. Sehr gut. Kann ich auf Enter drücken? Ja, wird mir doch grün angezeigt. Ich kann leider nicht auf Enter drücken. Jetzt ist es wieder eine andere Zahl. Die 12. Aha. So sind wir weitergegangen. Okay. Na, was für eine Zahl ist diesmal? 16. Ah, shit. Da bin ich zu weit gewesen. Jetzt habe ich den Dreh raus. Wortwörtlich Dreh. Sehr gut. Da ist der Tresor offen. 3 von 40 entdeckten in North Point. Kleidung gefunden. Mr. Black. Sehr gut. Dann wollen wir mit dem Fall weiter abschließen hier. Ab geht's. Und auf geht's. Andrew? Was machst du hier? Wo ist Raymond? Das ist etwas, was ich persönlich zu handeln wollte. Hast du Charlie Pang? Ja. Ich bin sicher, dass du siehst, die Schäden sind etwas von Rarität in Hongkong. Nicht wie in den USA. Diese spezielle Schäden ist ziemlich wichtig. Und wer ist der Tresor? Es ist einfach. Wir müssen die Kampf wiederholen. Oh, ja. Du denkst, du kannst mich aufrufen? Oh, oh. Hang on. Let's just talk about this. Don't stop. Fuck you. Let's look at him. Darf ich mich wahrscheinlich damit einbischen? Wow. Oh. Deckung gehen? Achso, äh, yo. Schiff aus der Deckung schießen. Aber wem? Achso, so, ja, okay. Einige Schüsse blindfeuern. Oh, wahrscheinlich. Ah, okay. Good. By now, the van must have appeared. Ey, richtig geil. Richtig geil so eine Schießeinweisung. Aber da muss ich noch ein bisschen hinterkommen. Brauchen wir nicht immer unsere Fäuste nehmen. Jetzt können wir auch mal ein bisschen schießen hier. Hinter der zweiten Barriere. Ich versuche immer so kleine Headshots zu geben. Ja, voll. What, what, what? Der Schläger, den Schläger mit einem Sprungschiss töten? Oh, f... Ja, wie geil. Achso, nochmal, okay. Ah, cool. Beinschläger mit einer Stromschutz töten. Ah, in ganzen Zeit sind die Modus hier unterwegs. Reifen des Autos zerschießen. Okay, das ist aber eine komische Einweisung. Your weapon, officer. Good firing, Wei. Pendulum! What are you doing? I told you he wasn't important. Now he is. He's gonna help us nail Charlie Pang. That's for the greater good, Wei. You understand? I don't think I do, sir. Wei, I know who you are. You're just like me. You do, what must be done. Local PD is on their way. You should go. Ja, ein Glück. Ein Glück dürfen wir die Polizei jetzt nicht abhängen. So, Stufe 3 ist ab jetzt erreicht. Sehr gut. Oh, nee, jetzt müssen wir doch von den Cops abhängen. Okay, ich glaube, das Video geht schon viel zu lange. Deswegen würde ich sagen, ich werde das Video jetzt hier beenden und versuchen, die Cops natürlich abzuhängen. Yo, okay, okay. Wo komme ich denn hier raus? So, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Einschalten. Lasst mir doch auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch natürlich gefällt und die weiteren Folgen natürlich auch. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, so gut es geht, die Videos rauszurauen, wie ich gerade Zeit habe, weil im Moment ist es wirklich sehr schwierig. Lasst doch auch dafür gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall auch gut unterstützen. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in meinem neunten Video. Ach, Cops sind schon abgehangen. Sehr gut. Wir haben eben erfahren, dass Mr. Just Restaurant angegriffen wurde. Okay, da werden wir uns dann in die nächste Folge hinbegeben. Danke fürs Einschalten. Haut rein, euer Moreno.